Herzlich Willkommen zurück zu Athlon Geek 3 Schön, dass er jetzt auch auf die Idee gekommen ist Hat der gerade Trottel gesagt? Ihr habt doch gerade den Trottel gehört, oder? Das sieht doch gut aus, da kann ich doch bestimmt auf das Bäumchen klettern, ja Was? Wo? Ist der denn überhaupt? Ach da Ja kein Thema Ähm, was mach ich da? Okay Alter Jetzt muss ich wieder auf ihn warten Uh, shit Das hätte ins Auge gehen können Aha, geschafft Huhu Oh, da ist wieder einer Wo rennt der? Alter Wo rennt der denn wieder hin? Ah, das sieht doch gut aus hier Mit Sicherheit keine Wache Ah, hier Die Tunnel Wo drin? Achso, da drin Äh, was? Ich dachte schon Yeah, geschafft! Jetzt sind wir im Untergrund Wie ein relativ scharf Achso, Cine Ich kann nix sehen Oh, Licht Ja Oh, ganz viele Säcke Sehr schön gemacht An sich An sich So eine Laterne macht rundum Macht rundum Nicht nur nach vorne Die Tunnel ist ein bisschen Wird sie mich verarschen Sooo Geht doch Da laufen wir mal hier ein bisschen rum Wir laufen uns ein wenig Sie zeigen uns den Weg Sollten wir umkehren müssen Und weshalb bauten sie diese Tunnel? Glaubste? Ja Wo du recht hast, hast du recht, ne? Also mit ihm wird's nicht schwer sein, hier durchzukommen Aber ich will ja auch hier so gleich ein bisschen erforschen, ne? Weil hier gibt's Stellen Bei denen man ein paar Sachen finden kann Mal hier unten durch Au Okay Ja Ich lauf wieder falsch Ja okay Ja okay Dann lassen wir das mal mit der Erkundungstour Schieben wir das auf was Auf irgendwann anders Oder ich mach das von alleine Und starte dann einfach mal wieder Wenn ich was gefunden hab Hier gibt's aber ne Menge Ausgänge Ist ja schon klar Gut, gut Du hattest recht Ich entschuldige mich für meine Zweifel Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist Teufel Ich schätze Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire Klar, also was leint man als erstes? Was leint man als erstes? Als Indianer Komm schon Komm schon Gut gemacht Der Drucker ist nicht weit Wir sehen uns dort Okay Sequenz 5 Abtauchen Mission beendet Volle Synchronisation Die Nicht schwer war Was nun Was jetzt wohl passiert? Äh, die Karten eröffnet Schnellreise-Symbole bla 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 Okay 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 Aber weißt du was ich tun werde? Ich werde mir erstmal hier den Schnellding zum Punkt da holen Wenn man schon in der Nähe ist, dann holt man sich sowas auch Sowas ist doch Ehrensache und so, ne? Hepp und hepp und hepp und hepp Nur vorsichtig Ich werde ihn nicht gleich wieder runter plumpsen Woaah Hier ist auch schön, da dreht sich dann aber gleich in die Richtung wo er runterspringen kann Wenn ihr wacht! Ich habe nichts mit euch! Hm Ja okay, dann bring ich sie eben drum Ähm Ähm Hehehe So könnte es eventuell besser laufen Ach, da kommt noch ein paar mehr Wir wollten wohl noch mehr Spaß haben Verstehe ich Hahaha Kitze, Kitze, Kitze Aua Ist aber nicht die feine englische Art hier Oh Oh Mit dem Kontern muss ich noch ein bisschen anders machen Das muss auch einfacher gehen Jaaaa Doch, geht doch Mensch Mensch Immer diese Leute, die vor den kacken Dingern da rumgammeln Tagion Warnung, Sperrgebiet Das interessiert mich sowas von überhaupt nicht Was? Noch ein neuer? Ach, das ist doch Du verlässt sehr viel von mir, Sam Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre Es ist wirklich unerlässlich Gut Doch nur dieses Mal In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig Ganz zu schweigen von der Gefahr entdeckt zu werden Ich werde deine Güte nicht vergessen Ich auch nicht Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach der suchen Komm Ich zeige dir, wie du abreisen kannst Jetzt, wo wieder Ruhe herrscht Netter Typ So, nun hattest du Gelegenheit alles mal zu sehen Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen Und bringt sie dazu, die Wache zu rufen Abhängig von der Schwere der Verfehlungen Suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen Vergiss das nicht Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden Entferne Steckbriefe Besteche Stadtschreier Oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda Das ist falsch Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen Gedruckte Worte werden für wahrgehalten Und all das ohne zu hinterfragen Wie ließen das Biest los? Hast du das vergessen? Wer wären wir? Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim Hab Dank für alles, Sam Ich verspreche den Gefallen bald zu erwidern Oh, ich zähle darauf So richtig? Ja, einen neuen Freund dazu gewonnen Das müssen wir mit Sicherheit hier auf das Schiffchen Hm, so wie das blinken müssen wir dorthin Mal kurz gucken, was das hier ist Ach, da ist hier so ein Casino quasi zum Spielen und so Es gibt ja immer noch ein Spiel, das ich noch nicht gezeigt hab Hallo Ich möchte bitte Na hier, die ganzen Sachen, die werden wir noch Werden wir noch nach und nach machen Muss ich mal gucken, hier sind wir wahrscheinlich gerade Ich versuche es mal mit Grenzland Vor allem da ist so überhaupt kein Wasser wie soll Da hat das Schiff hinkommen Ähm, hallo? Da hatte ich auch meine Probleme beim ersten Mal Da habe ich mich auch falsch geportet Gucken Wo ich jetzt bin Bin ich richtig... So Ja, das sieht gut aus Oh, ich habe richtig viele Sachen hier nicht gemacht Wie ich hier auch lang gelaufen bin Ah, hier ist das mit der Verfolgung bestimmt Okay Da werde ich auf jeden Fall jetzt erst hingehen Und um dorthin zu gehen werde ich hier anfangen Auf geht's Dafür brauche ich noch ein Schiff Ein Pferd brauche ich noch Und ignoriert einfach die Katze die ganze Zeit im Hintergrund ist Hier, ich werde bei der... ähm... Wenn ich eine Folgenpause mache ich sie ja noch rauslassen Aber so lange muss sie sich noch gedulden Ich hasse den Winter Ja In Games Rutschig und nass Nirgendwo ein Pferd Ah Also ohne Pferd kann das hier ein bisschen dauern Sind ja nur 600 Meter im Pferd Das ein bisschen Das ist auch kein Pferd Hm... Hm... Ah, was mache ich nur? Oh, ein Pferdchen Ich werde einfach aufs Grün dann einfach weitermachen Die Folge ist jetzt sowieso gleich vorbei Ah... Können wir doch ruhig noch das bisschen hier In der schönen frischen Luft Bewegt sich das? In der schönen frischen Luft hier rumlaufen Wer mehr in den Weg läuft, wird getötet Da führt leider kein... Weg dran vorbei Warum schon hier muss jetzt aber... Hier gibt es auch bestimmt Pferdchen Pferdchen Nee, das hört sich eher an wie ein Hund Na du? Ja, du Kleiner Komm, bin ich weg Fangen Sie wieder an Äh... Nee Seht nicht aus wie ein Pferdchen Und ich muss übers Wasser Gucke ich mir nochmal die Karte an Bevor ich hier komplett falsch laufe Was ist hier? Kuriermission Taverne Nee Wir müssen zu dem Abenteuer hin Das wird so, so Dann so Und dann hier Ja Ach, das wird ein Spaß War es hier? Hm... Okay Zwei Sachen zum Anhören Na super Das ist alles ohne Pferdchen Yay! Na gut, dann Dann... Werde ich auf Skrima dorthin laufen Wir sehen uns In der nächsten Folge Bis dahin Tschüss! Wir sehen uns